Hallo YouTube und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Freebies, die Tutorials. Mein Name ist Galateas und ich grüße euch. Ja, wie ich das ja in meinem Update-Video bekannt gegeben habe, ich habe mir ein bisschen neues Equipment gekauft und hoffe, dass diese Tonqualität jetzt ein bisschen akzeptabler ist wie die aus meinen ganzen Videos davor. Und weil meine ganzen Videos davor tonqualität, tonqualitativ, technisch, was für ein Wort, ja, mehr schlecht als recht gewesen ist, habe ich auch angekündigt. Ich werde einige Videos neu auflegen. Deswegen fangen wir heute an mit der Grundinstallation zu Freebies und werden da zusätzlich noch ein paar Sachen mehr machen. In dem wir nämlich schon anfangen, auch gleichzeitig uns das System mit einem Extra Pool, Z-Pool aufzubauen. Also ich möchte euch hier in diesem Video einmal zeigen, wie ich persönlich für mich selber Freebies aufsetze und es auch tatsächlich auf meinen Systemen nutze. Ich übertreibe es hier so ein ganz kleines bisschen. Kann man so tatsächlich machen. Das Einzige, was ich so nicht mache, ist, dass ich das System selber nicht gespiegelt auf eine separate Festplatte bzw. auf zwei separaten Festplatten installiere. Ansonsten, ja, verwende ich das bei mir ziemlich ähnlich und ja, ich muss sagen, ich bin damit äußerst zufrieden. Ich habe eine relativ hohe Datensicherheit, falls mir mal eine Festplatte wegraucht, was in der letzten Zeit auch relativ häufig passiert ist. Und einmal war ich zu faul gewesen, um mir neue Festplatten zu kaufen und das habe ich ganz bitterböse mit 100% Datenverlust bezahlen müssen. So, und damit mir sowas nicht mehr passieren kann, habe ich es halt, ja, wieder auf dem aktuellen Stand. So, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ich zeige euch das ganze Thema wie immer in einer virtuellen Maschine. Ähm, hat einfach die Bewandtnis, ähm, weil ich sonst nicht anders das Screen Capture realisiert bekomme. Ja, gut, also, äh, VirtualBox ist gestartet, das Image ist eingelegt, äh, ich erzähle euch nochmal eben ganz schnell, ganz kurz, was ich hier für ein System eingestellt habe und dann legen wir auch direkt los. Also, ich habe hier 8 GB an RAM gegeben, mein Hauptrechner hat 16 GB, von daher kann ich die Hälfte da gerade mal reinpumpen. Ähm, ich gebe denen tatsächlich alle vier CPU-Kerne. Ähm, ja, soll natürlich auch ein bisschen Power machen. Ja, Grafikspeicher habe ich voll aufgedreht, 3D-Beschleunigung habe ich aktiviert. Ähm, Speicher wird jetzt nochmal interessant, da habe ich den Controller umgeändert, den, ähm, habe einen zusätzlichen S-Arter-Controller reingeschmissen, habe dort zwei Festplatten erstellt, so je, ich muss mal gucken, 120 GB, da wird das System drauf installiert. Und die landen dann nachher in einem, äh, ZFS-Mirror, ähm, um da eben halt ein bisschen Redundanz zu haben. Dann habe ich noch hinzugefügt, zweimal 500 GB Festplatten. Ähm, in meinem System stecken drinne zweimal 2 TB Festplatten und als Systemplatte benutze ich einmal eine, ähm, 120 GB SSD. So, und auf dem IDE-Controller habe ich dann ganz normal gelassen, das CD-ROM-Laufwerk, beziehungsweise, ja, wo ich das ISO-Image mitladen kann. Ähm, und ansonsten habe ich eigentlich alles, äh, ja, soweit standardmäßig gelassen. Ähm, deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, weg damit und zurück in die VM. Die VM habe ich, wie bereits gesagt und wie ihr auch sehen könnt, bereits gestartet und das Image auch eingelegt. Und wir können jetzt mit Enter den Boot-Vorgang starten. So, das dauert einen kurzen Moment. Ja, und da sehen wir auch schon, dass die ganzen Festplatten alle erkannt worden sind. Sehr schön. Und da ist unser Installer. Hier angekommen, klicken wir, äh, wie gewohnt auf Install. Äh, mit den Falltasten da unten suchen wir uns jetzt erstmal unser deutsches, äh, Tastatur-Layout. Das ist, äh, German ISO 8859-15. Das müsst ihr euch nicht merken. Einfach nur, äh, German ISO und der Rest, das ist alles in Ordnung. Da drücken wir Select, beziehungsweise drücken einfach Enter und dann ist gut. Ähm, das, äh, Tastatur-Layout brauchen wir jetzt. Nicht-Tasten, weil ich weiß, dass soweit eigentlich alle Tasten, bis auf die Umlaute, äh, öh, ü und so weiter, alle dort sind, wo sie eigentlich auch hingehören. Deswegen, wir gehen mit der Falltaste 1 nach oben, drücken Continue und sollen jetzt hier einen Host-Namen eingeben. Mein Rechner an dieser Stelle soll heißen, einfach nur Freebies-D, oh, ohne T. Und dann drücken wir Enter und kommen in diesen, äh, Bildschirmen und, äh, da sollen wir jetzt aussuchen, was wir denn für, ja, ich nenne es jetzt Pakete. Pakete ist zwar falsch, aber, äh, ich nenne es Pakete, was wir da installiert haben möchten. Gehen wir von oben nach unten einmal durch. Äh, Base-System-Debugging. Wir sind keine Entwickler, wir brauchen nichts Debuggen. Additional Documentations brauchen wir auch nicht, weil wir haben online eine sehr gute Dokumentation. Ja, das Freebies-D-Handbuch gibt's auch in Deutsch und online und alles auf der Freebies-D-Seite. So, Kernel-Debugging brauchen wir auch nicht. Wie gesagt, wir sind keine Entwickler, genauso wie die, äh, 32-Bit-Kompatibilitäts-Bibliotheken. Das Debugging, das brauchen wir auch nicht. Deswegen lassen wir das auch weg. Die Lib32, äh, die 32-Bit-Kompatibilitäts-Bibliotheken, ja, die sollten wir mitnehmen. Denn, äh, wir kriegen ab und zu tatsächlich mal Software, die nur 32-Bit-tauglich ist. Und da wäre es extrem blöd, wenn wir die, äh, Laufzeitumgebung oder die Bibliotheken nicht auf dem System installiert haben, weil dann funktioniert das Programm nachher nicht. Deswegen lassen wir das drinne. Die Ports, die möchte ich an dieser Stelle nicht haben, deswegen wähle ich die ab. Und was man abwählen möchte, das drückt man einfach mit der Enter, äh, mit der Leertaste und dann ist das abgewählt. Genauso auch die, äh, System-Quell-Dateien, die brauchen wir eigentlich auch nicht. Jedenfalls noch nicht aktuell. Der Vorteil ist, wir können alles später, wenn wir es dann mal brauchen, auch wirklich nachträglich noch installieren. Und die Test-Suites, die brauchen wir jetzt auch nicht. Da können wir uns später auch noch dran bedienen. Aber ich hab's ja eigentlich noch nie benutzt. Deswegen, einmal Enter gedrückt und dann kommen wir hier zur Partitionierung, wie wir unser System partitionieren wollen. Ähm, ich hab gesagt, wir benutzen ZFS und, äh, das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Es gibt heutzutage oder momentan gerade die sogenannten Kryptotrojaner. Und es ist nicht auszuschließen, dass auch ein Kryptotrojaner unser Unix befallen kann. Es ist mal gemunkelt worden. Ob man den ganzen trauen kann, weiß ich auch nicht. Aber bei unserem ZFS, dort werden, äh, Snapshots standardmäßig als Read-Only, also nur lesbar, abgelegt. Das heißt, sollten wir uns mal so ein Viech einfangen, macht das eigentlich relativ wenig, da unsere Snapshots nicht beschreibbar sind. Dort kann so ein Kryptotrojaner keinen Blödsinn anstellen. Und wir werden im späteren Verlauf auch noch das System so weit, ähm, anpassen, dass wir genügend Snapshots erstellen. Manch einer mag vielleicht auch sagen, das ist ein bisschen übertrieben. Ist halt Geschmackssache, also ich mag's gerne übertrieben. Äh, deswegen, also UFS kommt für uns hier absolut nicht in Frage. Äh, Manual Disk Setup, da hab ich jetzt keinen Nerv zu. Äh, genauso wie Shell und alles von Hand eingeben. Und deswegen nehmen wir das, äh, Auto ZFS, geführte Route on ZFS, und drücken dort einmal Enter. So, jetzt geht's los. Der Pool-Name, den ändern wir gar nicht. Der bleibt so, wie es ist. Set-Root, damit kommen wir dann, äh, wissen wir dann, dass, äh, das die, ähm, der System-Pool ist. Deswegen lassen wir das. Äh, hier, da bleib ich auch bei BIOS. Ist mir persönlich gerade lieber. Äh, Swap Size. Wir haben 8 GB an Arbeitsspeicher. Und die Hälfte benutze ich ganz gerne immer als Swap. Ähm, ab 8 GB braucht man eigentlich keinen Swap mehr. Es sei denn, ähm, man möchte sein System gerne in den Schlafmodus legen. Aber selbst da sind dann 4 GB eigentlich, ja, totaler Overkill eigentlich. 2 GB würden da auch vollkommen reichen. Ich ändere es jetzt aber auf 4 GB. Und den Swap spiegeln brauchen wir eigentlich nicht. Das ist Blödsinn. Und den Swap, ähm, verschlüsseln brauchen wir auch nicht. Und jetzt kommen wir hier zu der Frage, ähm, wie soll unser System aufgebaut sein? Okay, ich hab vorhin gesagt, wir setzen das System in einem Spiegel. Deswegen wählen wir an dieser Stelle Mirror. Und jetzt können wir hier zwei Festplatten auswählen. ADA 0 und ADA 1 sind die, äh, 120 GB Festplatten. Deswegen wähle ich die an. Anwählen tut man sie, äh, wieder mal mit der Leertaste. Und, äh, ja, und dann haben wir die im Spiegel. Gut, hätten wir das geschafft. Ähm, die Verschlüsselung, ähm, lassen wir an dieser Stelle mal weg. Ähm, kann man machen, sollte man machen, wenn man ein Notebook hat. Also zu Hause auf dem heimischen PC macht es eigentlich relativ wenig Sinn, das System zu verschlüsseln. Ja, also da, die Gefahr, dass da jemand Fremdes an die Daten rangeht, äh, sind, glaube ich, verschwindend gering. Äh, es sei denn, natürlich, ihr macht irgendwelche illegalen Aktivitäten im Internet, ähm, und da werde ich keine weiteren Tipps zu geben, ne? Äh, nein, Spaß beiseite, ernst komm her. Ähm, wie gesagt, also Verschlüsselung macht durchaus Sinn, wenn ihr ein Notebook habt oder irgendein anderes mobiles Gerät, wo ihr Freebies, die drauf installieren wollt, ja. Ähm, aber zu Hause auf meinem heimischen PC, ähm, sehe ich da keinen wirklichen Vorteil drin. Aber das kann jeder machen, wie er möchte, ja, also wenn er sagt, ich will hier jetzt aber unbedingt eine Hardcore-Verschlüsselung drauf haben, dann soll er hier mal ein Yes eingeben und dann ist das gut. Ähm, so, damit haben wir das schon mal fertig und können eigentlich mit der Installation beginnen. Deswegen gehen wir hier jetzt auf, äh, Precede with Installation und drücken Yes. Und jetzt bekommen wir hier eine ganz böse Warnung, die letzte Chance, äh, bist du sicher, dass du alle deine Daten zerstören willst auf den folgenden Laufwerken. Und wir sind uns sicher, denn wir wollen das ganze Thema ja auch installiert haben. Deswegen wechseln wir auf Yes, drücken Enter und der ganze Kram geht los. So, und dann werden die Daten auch schon, äh, aus dem Internet heruntergeladen. Natürlich immer das relativ Frischeste. Äh, Checksummen werden hier jetzt überprüft und da fängt schon die Installation des Systems an. Also ich, äh, melde mich zurück, wenn das soweit fertig installiert ist. Wir sehen uns, bis gleich. Und wie soll's auch anders sein? Wir sollen jetzt unser Root-Passwort eingeben. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, äh, bitte benutzt nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 und auch nicht 1, 2, 3 oder was weiß ich nicht. Äh, nimm bitte Passwörter, die zumindestens einigermaßen vernünftig sind, ja. Es müssen jetzt keine, äh, 64 Zeichen mit, äh, äh, sag schon, Unzeichen, Schrägstrich und Klammer auf, Klammer zu und geschweifte Klammer und hast du nicht gesehen. Muss gar nicht sein, es sollte nur ein einigermaßen vernünftiges Passwort sein. Ja, ja, Root und Admin und 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind Passwörter, die werden, ähm, ja, relativ, äh, häufig verwendet, um ein System zu knacken. Ja, deswegen Finger davon, gebt ein einigermaßen vernünftiges ein und dann sind wir da schon auf einer relativ sicheren Ebene. Ich gebe hier mein Standardpasswort ein und dann ist gut. So, Netzwerkkonfiguration, äh, relativ einfach, nur Enter drücken, IPv4, ob wir das konfigurieren möchten, ja. Und wir möchten das ganze Thema bitte per DHCP konfigurieren. Die meisten von uns werden wahrscheinlich hinter einem Router sitzen, wo der das automatisch alles erkennt. So, dann haben wir hier die Frage nach IPv6. Wer das drinnen haben möchte, der kann das gerne benutzen. Ähm, ich möchte es an dieser Stelle nicht, weil, äh, das Gerät nur minimal im Internet fungieren soll. Ähm, die meisten Server, die dieses Gerät ansteuert, haben noch IPv4, darum reicht mir IPv4. Äh, und es soll auch nicht via IPv6 im Internet erreichbar sein, deswegen wähle ich hier 0. Wer es möchte, kann es drinnen lassen und mit Yes, äh, bestätigen. So, dann wird hier die Resolver-Konfiguration, also die, äh, ausgehende Route abgefragt für den DNS IPv4. Hier, ich lasse es auf meiner Fritzbox stehen, ähm, kann man so stehen lassen, einfach nur Enter drücken. Und dann kommen wir zur Auswahl der Zeitzone. Wir sitzen natürlich hier in Europa, zumindest die meisten von uns, ich jedenfalls. Und kommen wir aus Deutschland und da reicht Most Locations, da setzt er dann nämlich die Zeitzone für Berlin. Äh, drücken zweimal Enter, sollen noch, ähm, Datum eingeben, heute ist der 14.08., das passt. Allerdings passt die Uhrzeit nicht, weil, uh, es ist nämlich erst 20 Uhr. Ähm, an dieser Stelle müsst ihr die Pfeiltasten nach oben drücken, wenn ihr die Zeit runter haben wollt. Das ist ein bisschen, äh, gewöhnungsbedürftig. Äh, passiert mir heute auch immer noch, dass ich erstmal nach unten drücke. Ähm, nee, hier ist es genau andersrum. Also da ein bisschen drauf achten, aber das seht ihr ja sowieso. Und dann drücken wir einfach auf Set Time mit Enter und dann war's das. So, jetzt können wir hier noch die letzten Konfigurationen, äh, durchführen, wenn wir es denn wollten. Wir lassen das an dieser Stelle aber alles auf Standard. Ähm, brauchen uns nicht weiter zu interessieren. Genauso wie, äh, hier diese System-Sicherheiten, bla bla bla. Ähm, das ist das, was wir hier haben. Das meiste davon werden wir sowieso, ähm, händisch noch einstellen. Gut, jetzt haben wir hier sowas wie Clean the Temp File System on System Start. Also wenn wir jetzt häufig Daten in den Temp-Ordner schieben, äh, dass der mit jedem System-Neustart gelöscht wird, kann man reinnehmen. Ich brauche sowas jetzt aber nicht. Ähm, wenn ich was im Temp-Ordner habe, lösche ich es meistens direkt. Aber jedem, da kann jeder mal reingucken und das anhaken, was er meint, was, äh, Sinn ergibt für ihn. So, wir drücken Enter und jetzt wird hier gefragt, ob wir einen weiteren Benutzer hinzufügen möchten. Und entgegen aller meiner anderen Tutorials bislang, wähle ich hier jetzt Nein. Ich möchte nämlich jetzt gleich so schnell wie möglich im System sein, damit ich, äh, meinen Benutzer auf den neuen Pool anlegen kann, ohne dass der Benutzer bereits vorhanden ist. Also das, äh, also das, äh, Heimverzeichnis. Deswegen haben wir auch noch die zwei anderen Festplatten drin, um dort nachher die Daten von den Benutzern speichern zu können. Deswegen wähle ich hier jetzt Nein. Und damit ist die Grundinstallation des Systems eigentlich schon fertig. Wir drücken nur noch auf Exit und drücken auf Nein. Wir möchten keine manuelle Konfiguration noch vornehmen und sagen einfach Reboot und dann war's das. Warten wir nochmal eben kurz ab, äh, bis das System neu gestartet ist. Lassen wir die ganze Suppe mal hochfahren und dann gucken wir mal, ob wir uns als Root einloggen können. Und dann, denke ich mal, sind wir für diesen Teil schon so weit durch. Im zweiten Teil befassen wir uns dann tatsächlich mit der Konfiguration von dem ZFS-Dateisystem. So, das sieht alles soweit schon mal ganz gut aus. Und dann locken wir uns mal ein als Root. Äh, Passwort richtig eingeben. Gut, das sieht ganz gut aus. Und, ähm, was ich in dieser Folge noch machen werde, ist einmal eben ganz schnell FreeBSD Update Fetch Install. Das einmal eben durchlaufen lassen. Wie ihr seht, wir sind hier immer noch auf FreeBSD 11.0. Mittlerweile ist die 11.1 schon draußen. Und, ähm, das werden wir in der nächsten Folge in Angriff nehmen. und werden dann auch in der nächsten Folge das restliche System soweit konfigurieren und auch anfangen mit dem Benutzer anlegen und so weiter und so fort. Aber das sehen wir alles in der nächsten Folge. So, ähm, ich glaube, da wollt ihr jetzt nicht mehr lange zugucken. Äh, deswegen würde ich sagen, sind wir für dieses Video durch. Ähm. Ähm, eine Bitte noch. Ähm, gebt doch mal bitte einen Kommentar ab, was ihr von dieser Audioqualität jetzt haltet. Ob das, äh, tatsächlich deutlich besser geworden ist. Ähm, da interessiert mich eure Meinung. Ansonsten, wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge, Bitten oder Beschwerden habt, dann ab damit unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich von euch für heute verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.